Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt ein bisschen mitsingen. Der Refrain ist sehr eingängig. Ich verspreche, nach dem ersten Hören wird auch die zweite Reihe hier das mitsingen können. Ja, doch, man sucht sich im Publikum immer einen aus und sagt, wenn ich den zum Lachen bringe, habe ich es geschafft. Ihr habt es geschafft, er lacht. So, deswegen die große Sache, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit dem Song zur Deutschen Meisterschaft. Ihr Fußball-Idee in Wetzlar. Und wir stellen uns vor, wir sind schon im Stadion. Hey! Ich hab ein bisschen mit Klatschen, wenn ihr wollt. Ich mach auf und denke, es ist so weit. Was muss sie sein, diese neue Zeit? Mittag hat gar nicht schnell genug beginnen. Ich wär jetzt lieber draußen als Grimme. Die Radio spielen, sie das Beste von heute. Die haben ja keine Ahnung, diese Leute. Und ich geh hier raus und mach mein Glück. Kein Nachbar hält mich heut zurück. Ich will nach vorn, hab mich lang genug versteckt. Nicht nur der Tiger in mir wurde aufgeweckt. Wie aufgeladen renn ich durch das Haus. Ich reiß das Fenster auf und schrei hinaus. Das wird ne große Sache, was wir heute machen. Das wird ein Riesenling und ich weiß, wir gehen nach Sinn. Das wird ganz außergewöhnlich. Und ich weiß, du siehst das nämlich. Das wird ne geile Zeit und wir sind bereit. Ich seh dir an, du weißt genau, was ich mein. Das Leben kriegt uns beide nicht klein. Wir kommen, wir machen uns auf den Weg. Und fehlt ne Brücke, dann baue ich dir nen Steg. Wenn es regnet, zieh dir was Warmes an. Das wird ein Riesenling und ich weiß, wir gehen nach Sinn. Das wird ganz außergewöhnlich und ich weiß, du siehst das nämlich. Das wird ne geile Zeit und wir sind bereit. Und wirklich wieder mal der Schuh, dann zieh ihn einfach aus. Ein bisschen Mut gehört dazu, zusammen wird was draus. Und wenn dein Nachbar drüber lacht, dann lass ihn stehen und denk dir bloß. Wir finden kann nur, wer was macht. Heute geht es endlich los. Das wird ne große Sache, was wir heute machen. Das wird ein Riesenling und ich weiß, wir gehen nach Sinn. Das wird ganz außergewöhnlich und ich weiß, du siehst das nämlich. Das wird ne geile Zeit und wir sind bereit. Das wird ne große Sache, was wir heute machen. Das wird ein Riesenling und ich weiß, wir gehen nach Sinn. Das wird ganz außergewöhnlich und ich weiß, du siehst das nämlich. Das wird ne geile Zeit und wir sind bereit. Fabianja, Texter und Komponist. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich glaube, wir alle können nur zustimmen. Es wird ne geile Zeit. Ja. Das wird ne geile Zeit. Bruce, mach ihr hin. otras wird ne geile Zeit. Leute, es wird ne rouge. Oder red시 har 친구�aje. Ja. Bitte.